In dem heutigen Video möchte ich euch 4 Warzone E-Stacks zeigen bei dem neuen Modus Fortunes Keep. Und zwar könnt ihr Tarnungen freischalten, guten Loot bekommen und die Raygun und ne Menge Power-Ups. Und wie das ganze funktioniert zeige ich euch jetzt. Fangen wir mal an mit denen für die Power-Ups. Und zwar müsst ihr hier zu der Winery. Auf diesem Dach befindet sich eine weiße Flagge. Mit dieser könnt ihr interagieren und jetzt habt ihr 6 Sekunden Zeit um zu der nächsten Flagge zu gehen. Das ganze ist ein Parcours und die erste Flagge hier ist die schwerste. Wenn ihr die dann habt, dann ist das ganz easy. Und wenn ihr unterwegs down gehen solltet, dann ist auch nicht schlimm, dann geht ihr wieder auf dieses erste Dach zu der weißen Flagge und könnt nochmal neu starten. Außerdem könnt ihr dieses E-Stack mehrmals die Runde machen. Wenn ihr dann bei der nächsten Flagge seid, müsst ihr immer wieder auf interagieren drücken Leute und ihr müsst euch beeilen, weil ihr habt wirklich nur 6 Sekunden. Das ist eigentlich nur geradeauslauf. Nur die erste Flagge ist am schwersten. Hier klettert ihr hoch, springt hier rüber und springt direkt hier nochmal rüber und wenn ihr dann bei der Ziel Flagge seid, dann spawnen die ganzen Power-Ups. Machen wir weiter mit dem nächsten Side E-Stack und zwar der Raygun. Hierfür müsst ihr nach Ground Zero und zwar ganz nach unten Leute. Und eine kleine Info, die Raygun spawnt da nicht immer, aber ihr habt die Chance, die da zu bekommen. Bei Ground Zero angekommen, müsst ihr hier ganz nach unten und jetzt müsst ihr auch schon nach einer weißen Doppeltür halten, denn durch diese müsst ihr gehen. Wenn ihr dann bei dieser Tür seid, könnt ihr entweder nach links oder nach rechts und wir müssen aber den Weg nach links nehmen. Also aufmachen, nach links und direkt rechts um die Ecke befindet sich so ein kleiner Schlitz, wo ihr durch könnt. Hier müsst ihr durch und hier müsst jetzt auch ein kleines Parcours laufen und drei Schalter aktivieren. Der erste Schalter ist hier rechts, interagieren, dann der zweite hier vorne. Ihr dürft nicht ins Wasser fallen, weil ihr kriegt extrem Schaden Leute. Den zweiten Schalter aktivieren wir jetzt auch und dann bleibt nur noch der dritte. Wir springen hier wieder zurück und laufen hier an einem gelben Gelände entlang, rennen einmal und springen hier rüber und aktivieren den dritten Schalter. Jetzt ist die Strom vom Wasser weg und ihr könnt einfach drunter tauchen, hier wo ich runter tauche an der Anfangstreppe, dann folgt ihr einfach dem Weg bis zum Ende, schwimmt hier hoch und hier ist noch ein Durchgang, da schwimmt ihr durch und hier auf dem Tisch befindet sich dann die Raygun. Wie gesagt ist das kein garantierter Spot, also die Raygun muss nicht jedes Mal da sein, aber die Chance ist hoch. Ansonsten habt ihr auch gute Lootkisten, wo ihr dann auch noch farmen könnt. Kommen wir nun zum Drachen-East-Deck, wo ihr eine Waffentarnung freischalten könnt, die ihr auf all eure Waffen ausrüsten könnt. Und zwar ist das diese hier. Als allererstes müsst ihr hier zum Leithaus gehen und dort befindet sich ein Gaskanister, Leute. Diese müsst ihr finden. Es gibt total sechs Locations, wo ihr den finden könnt und das ändert sich halt jede Runde. Ich habe euch die Locations mal hier markiert und den Link zu dieser Karte packe ich auch in die Videobeschreibung und könnt ihr gerne auch mal abchecken. So, wenn ihr dann beim Leithaus seid, dann müsst ihr halt den Kanister finden. Bei mir war es diesmal in dieser Location und dann müsst ihr komplett hoch auf dem Turm und hier sind eine Menge Gegner, Leute. Falls ihr down gehen solltet, wird dieser Kanister aus eurem Inventar gedroppt, aber ihr könnt wieder dorthin gehen, wo ihr gestorben seid und ihn aufheben. Wenn ihr den Kanister dann habt, dann müsst ihr den hier in diesen Generator platzieren, dann könnt ihr hier an diesen Schaltpult auf starten und stoppen drücken. Ihr drückt jetzt einmal auf starten und oben bewegt sich ein Licht, Leute. Und ihr müsst diesen Generator wieder stoppen, sobald das Licht auf dieser Marketenstelle ist. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, erkennt ihr das daran, dass ihr hier nicht mehr interagieren könnt. Jetzt kommen wir zu Schritt 2. Und zwar müssen wir diesen Lichtstrahl, der vom Leuchtturm ausgestoßen wird, umlenken mit diversen Spiegeln. Und zwar befindet sich die erste Location hier links vom Leithaus. Wenn ihr hier hinfliegt an der Seite, dann werdet ihr sehen, da ist sowas wie ein Fernrohr. Dagegen müsst ihr einmal schlagen und das droppt euch dann einen Spiegel. Und diesen Spiegel müsst ihr jetzt platzieren. Dazu geht ihr einfach hier hoch und geht hier oben aufs Dach. Ich muss jetzt warten, weil da ist ein Gegner. Wenn die Luft dann rein ist, dann könnt ihr hier hoch und hier mit diesen Dingen könnt ihr dann interagieren und den Spiegel platzieren. Jetzt werdet ihr sehen, dass dieser Lichtstrahl auch umgelenkt wird und jetzt müssen wir zur zweiten Location. Und zwar hier hin. Diese befindet sich links von Reinery und zwar ist dort auch so ein Teil, so ein Fernglas. Da müsst ihr den wieder zerschlagen, den Spiegel aufheben. Danach lauft ihr links entlang und hier könnt ihr nämlich an der Wand hochklettern. Ihr klettert die erste Wand hoch, danach die zweite Wand und oben auf dem Dach müsst ihr dann diesen Spiegel platzieren. Und zwar hier rechts. Ihr werdet sehen, wenn ihr da drangeht, könnt ihr da interagieren. Und jetzt kommen wir zur Location Nummer 3. Diese befindet sich bei den Terrassen und zwar müsst ihr hier hinfliegen. Dort befindet sich wieder so ein Fernglas. Diesen müsst ihr erneut zerschlagen. Ihr hebt den Spiegel auf und jetzt müsst ihr hier in die Mitte zum Haupthaus. Hier müsst ihr aufs Dach und irgendwo hier drinnen befindet sich auch eine Zipline. Damit könnt ihr euch bis auf dem Dach da hochziehen. Und wenn ihr auf dem Dach seid, dann könnt ihr den hier interagieren. Und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann seht ihr ein riesen Feuerwerk und da steht der Drache regt sich. So, nach dieser ganzen Animation wird dann der Erfolg kommen, dass ihr die Tarnung freigeschaltet habt und ihr könnt sie nun auf all euren Waffen ausrüsten. Jetzt kommen wir zum Tresor Easter Egg. Und zwar müsst ihr hier zu dieser Location nach Kieb und hier müsst ihr durch diesen Hauptangang vorne und da befindet sich ein Thron. Links und rechts vom Thron ist eine Fackel. Mit dieser müsst ihr interagieren. Dann geht ihr auf den Thron drauf und duckt euch einmal. Sobald ihr das gemacht habt, öffnet sich hier ein kleiner Durchgang und am Ende dieses Durchgangs ist dann der Tresor und hierfür braucht ihr einen Molotow oder Termit. Wenn ihr dann Molotow oder Termit habt, dann schmeißt es gegen den Tresor und dann leuchten drei Kreise auf. Und jedes dieser Kreise ist eine Fackel in diesen Raum. Der Raum ist nach vorne, links, rechts und hinten aufgeteilt. Bei mir leuchtet jetzt oben rechts und unten links, rechts. Das heißt oben rechts ist vorne, rechts, hier der hier und die anderen beiden sind hinten die Fackeln. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, öffnet sich der Tresor und da drin ist eine goldene Pumpgun, ein goldenes LMG und sehr sehr viel anderer Loot. Habt ihr das Easter Egg schon gemacht? Falls ja, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen, falls euch dieses Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.